so zweiter teil des videos weil der speicher demzufolge war die nächste karte von bayern ich weiß ich will kennen wir sind immer das zusammen schneiden kann und deshalb machen wir einfach mal weiter aber das video vielleicht nur eine minute jetzt oder so geht bundesliga heimvorteil von freiburg und nürnberg jan bollock rettet nürnberg ins viertelfinale das rematch dfb pokal 2016 das heißt frankfurt und gröder 14 raus meine lieben freunde und härter und nürnberg sind jetzt achten für ein viertelfinale das die man steht für pokal 2016 ein glückwunsch dazu auf jeden fall was ist mit dem video gibt wenn wir unsere freuen wenn er einen darunter gebeten kommentare schreibt warum das wieder so schnell findet damit beim nächsten mal dann halt auch passen kann und noch mal eine kleine ansage und zwar beginnen wir erst mit einem neuen format hier auf meinem kanal und zwar geht es los am 22 november mit dem lieben ben master alias felix wir machen ein booster werte match und zwar heißt das so wir eröffnen wir am boxen ein booster match tags suchen uns dann die beste karte raus in den zufolge jetzt mal hier da würde ich jetzt hier zum beispiel das duo nehmen und erzählen die werte und wer denn die höhere werte hat hat gewonnen und wir machen das bis end des jahres und ja der gewinner muss dann zwei neue kunden eröffnen und den jeweiligen gewinnt dann zweimal abonnieren ja das ist eigentlich eine sehr gute idee wie ich finde und ja dann sage ich schon wieder sehen bis morgen zum großen match tags blüster unboxing der ersten zwei booster und ja dann sage ich schon wieder sehen nunberg und herr pc sehen weiter das gehöre knall